Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TechEd mit dem TGW und mir den Davido345. Guten Tag, was? Guten Tag, habe ich gesagt. So, ja in der letzten Folge haben wir angefangen unsere Grundstücke zu verbessern bzw. zu begradigen etc. Und Häuser drauf zu stellen. Ich teile jetzt hier noch die Spinner schnell. Ja und ich würde sagen, wir machen, also es zahlt sich glaube ich nicht aus jetzt wegen einer Folge, wir können jetzt nur eine Folge aus, äh, mach, what the fuck, Griefing-Entschädigung mit freilichen Größen. Was? Was? Huch hier, ich habe hier eine Diakiste. Griefing-Entschädigung. Drei Juju-Meter, bist du? Oha. Drei Stacks, oder? Ja. Ich auch. Oha. Was hat der gemacht? Ich glaube nicht, dass das er war. Ne, aber warum Griefing-Entschädigung? Ja, irgendwer hat uns wohl ausgenommen. War auf meinem Wunschlug ist nix kaputt und in meinen Kisten ist nix weg. Kann ich die Diamantkiste abbauen? Ja klar. Danke, Mr. Kale, Sire. Wer war gleich? Da, Admin. Okay. Okay. Okay, der Spawn ist wieder repariert, ich weiß zwar nicht, aber auch gut. Ja, haben wahrscheinlich Arbeiten vorgenommen. Der war gestern mitten in der Nacht noch on. Ja? Ja. Okay, ich gehe mal eben irgendwo Erde holen. Nochmal. Dann ist der Palesir ja schon recht weit. Wenn der... Ja, oder er hat sich geholt. Ja, kann auch sein. Aber es wäre ja ein bisschen langweilig. Was fangt man mit Yu-Yu-Meter an? Da kannst du dir ziemlich viel draus craften. Kannst dir Eisen, Gold... Mach halt mal, drück halt mal U. Kannst du zum Beispiel, wenn du... Wie halt ein Diablock aus Diamanten. Also, ne, weißt du, wie ich mein? Also das ganze Crafting-Feld voll mit Diamanten. Gib deinen Diablock. Und wenn du das mit Yu-Yu-Meter machst, kriegst du einen Diablock raus. Weiß weiß mal? Jaja, schon klar. Zumal ein Beispiel. Ja. Gut, ich brauche noch eine Schaufel. Alter, du rauscht. Das ist ein Wahnsinn. Bist zu deppert. Was rauscht? Du rauscht. Ich rausche? Ja, also... mehr als gestern. Ist das wirklich rauschen oder ist das nur so ein... anderes Geräusch hier so neben rauschen? Das ist wirklich rauschen. Ja? Also, wie gesagt, bei mir in der Aufnahme rausche ich nie wirklich. Also, das ist ja Wahnsinn. Okay. Da muss ich dann hoffentlich... Achso, aber deine Stimme wird ja... Verdammt, meine Schaufel ist kaputt. Ich weiß nicht, was deine Stimme aufgenommen wird. Womit? Ob jetzt mit... mit Ding oder mit... Vielleicht. Jetzt ist es weniger. Okay, ich habe einfach nur das... den Stecker nochmal richtig reingesteckt. Also, der war richtig drin. Ich habe einfach nochmal dagegen gedrückt. Ja, also, es ist nicht viel weniger, aber... Okay. Also, nach der... nach der Folge sollten wir dann... unbedingt Farmen gehen wieder, weil wir... ich brauche ziemlich viele Rohstoffe. Nachmacher. Jeder braucht viele Rohstoffe. Ja. Alter, ich mache total Gronkh nach. Ja, vor allem, weil der auch Deckett gespielt hat, ne? Ja. Alter, ich spiele Minecraft da. Überhaupt. Ich spiele... Alter, ich spiele... ich spiele mit dem Computer. Ich mache Volker und, ne? Oh. Was ist eine Diamantenkiste so toll, außer das mir reinpasst? Das passt halt mir rein. Oh, okay. Aber ich mache mir da später Kristallkisten draus. Die sehen nämlich einfach nur Hammer aus. Weil das da drinnen so rumschwimmt dann, oder? Ja, genau. Und das durchsichtig ist. Okay. Vielleicht sollte ich Rubberwood nicht wirklich... wirklich verwenden. Ne, Rubberwood kannst du, äh... Da kannst du später mit so einem Gerät, ich weiß grad nicht, wie das heißt. Kannst du da auch Rubber draus machen. Okay. Ja, weil ich wollte grad, äh, das verwenden für Sticks und da... sind auf einmal 80 Sticks rausgekommen. Haha. Aus einem... Rubberteil. Da wird ja Tropenholz draus, wenn du das, äh... wenn du das zu Holz machst. Also die Baumstämme. Ja, ich weiß nicht genau welches Rubberwood. Nicht dieses von den Rubberbäumen, sondern von diesen großen, weißt du? Ach, die? Ja. Okay. Na, da habe ich mir halt noch nie was von geholt, weißt du? Ja, das ist nämlich... Das ist nämlich nicht von Industrial Craft, sondern von irgendeinem anderen Mod. Hm... Was wollte ich jetzt? Das ist jetzt mein für erstmal die Diakiste hier hin. Genau eine neue Schaufel. Also ich hab... Mein erstes Ziel ist eine Passwort geschützte Reinforce. Jetzt kommt der schon wieder mit seinem Scheiß-Bumerang. Wo ist der? Dahinten. Warte, ich muss ich jetzt etwas leiser drin, Entschuldigung. Ja, du schreist mir dann zu äußern. Ja, du schreist mir dann zu äußern. Hast du mich verarschen? Noch einmal, ich schlag dich. Ist es auf deinem Grundstück? Nein. Der steht hinter meinem Zaun und beschießt mich mit seinem Bumerang. Was wollte ich jetzt? Eine Schaufel, genau. Hm, was nehme ich denn dafür? Ich nehme dafür... Wo ist es? Eisen. Da. Eine Eisenschaufel. Ja, ich plätte jetzt diese Folge weiterhin mein Grundstück. Und das wird auch wahrscheinlich die nächsten Folgen noch so sein, leider. Weil ich muss ziemlich viel Basalt auswechseln gegen Erde. Das ist ein bisschen blöd. Aber sonst ist mein Grundstück ja schön flach, deshalb habe ich das auch gewählt. Haha, er ist da. Hast du schon mit Hausbau oder so angefangen? Bist du eigentlich noch da? David? Anscheinend ist gerade die Verbindung abgekackt oder so. Okay, dann... Ist er eigentlich noch auf dem Server? Ja, auf dem Server ist er noch. Okay, dann... Gibt's bei mir jetzt einen kurzen Cut. Und wir sind zurück. Entschuldigung für den kurzen Cut. Wir... Skype ist abgekackt. Liegt sich an ihm, nicht an mir. Jajajaja. Ich wollte gerade sagen, ich wollte... Ich hab gesagt, ich muss unbedingt... Mammutbäume... äh... Tropenholzbäume, also... äh... Farmen und... Dabei habe ich eh drei in meinem Garten stehen. Okay. Ja, ich hab dich äh... gefragt, ob dein... ob du schon mit Hausbau oder so angefangen hast? Ja, ich hab grad... also ich hab... fast... also ich hab... wie soll ich sagen, einen Block... einen Blockwand. Und... ein Viertel des Bodens, so. Okay. Na, bei mir dauert das noch ein bisschen. Also bitte... ich glaub ich mach... die Mitte erstmal... oder... ach... keine Ahnung... ich weiß noch nicht. Diese Folge werde ich auf jeden Fall erstmal weiter begradigen. Wieso fliegt... fliegt aus zwei... Mammut... äh... fliegt aus... äh... krieg ich aus... einem... Tropenholzbaum... äh... zwei Tropenholzbäume... nur eine... einen... Tropenholz... Sapling. Weiß ich doch nicht. So scheiße. Acht Gold ein Eisen. Was ist mit acht Gold und einem Eisen? Pff... keine Ahnung... ist wahrscheinlich nicht für uns... bestimmt. Ja, sicher. Da ist der Sporn. Ich geh da mal zurück, sonst meckern die nachher alle wieder, dass ich schlafen gehen soll. Ja. Boah, was ist das denn immer? Der Max... Scheiße, ich wollte mich doch in mein Bett legen. Äh... Der Max und Mattis, der muss mal Deoped werden, ey. Der ist doch nervig. Warum macht der immer Tag? Wer ist denn alle drauf? Hä? Ach, egal. Was? Nix. Vielleicht will ich hier mal ein paar Shards hier mir holen. Oder wie die heißen. Und dafür brauche ich Monster. Also hört doch mal auf, Takt zu machen. Ja, oder wir gehen einfach... Achso, ja, bringt auch nix. Eine Höhlen. Eine Höhlen. Eine Höhlen. Eine Höhlen. Gut. Ich könnte ihn ja eigentlich D.O.P. nehmen nachher. Nein. Ich werde nicht mehr erlauben. Frag halt, warum man immer nachmachen. Ja, dann nach der Aufnahme. Ja. Was wollte ich eigentlich nach der Aufnahme machen? Letztes Mal, ich wollte doch irgendwas... Ah ja. Genau, du wolltest ja den Seed aufschreiben. Letztes Mal, genau. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Fax sieht Tropenholz und dieses von den Schneebäumen... ähm... Wie heißt die? Also die die... Fisch. Ja, ähm... Sieht das am schönsten aus. Finde ich. Fax ist insgesamt mein Lieblings-Tag. Meins ist die Kreation aus Fax. Sfax und... Ja, komm, nur weil der Himmel anders ist. Nein, und das... Das, ähm... Eichenholz gefällt mir auch am besten von... meine Kraft. Bleue Blume. Ist das schon unten, sind da schon die Karotten gewachsen? Ja. Stimmt, sollte ich vielleicht auch mal machen. Karotten und Kartoffeln... anpflanzen. Befeucht die... äh... bevor ich die letzten Kartoffeln da... verbrate. Sollte ich sie vielleicht anpflanzen, das wäre eine Idee. Mit Essen war ja vorher ein bisschen schwer immer. Jetzt geht's eigentlich. Ja, ich pflanze dann jetzt mal was an. Warum kann man aus Rottenflash nicht... Warum kann man das nicht beraten? Dann hätte ich da jetzt... Ding, weil das nur in Hexit geht. Ja, aber warum? Ist halt so, weil dieser Mod hier nicht bei Ticket dabei ist. Ja, dann hauen wir noch rein. Hier war, glaube ich, mein See. Was sollte ich gerade machen? Ah ja, Kartoffeln... Kartoffeln pflanzen. So, und ich mach mir hier erst mal eine unendliche Wasserquelle. Ach, da ist doch Wasser drunter. Apropos... Quelle. Die Quelle des ewigen Lebens. Ja, ich wollte mir eine unendliche Quelle machen, dann mach ich da einen Block weg und dann ist da drunter ein unterirdischer See, den ich vorher zugemacht hab. Apropos scheiße, da bräuchte Eisen. Wofür? Für Wassereimer. Hast du etwa kein Eisen mehr? Ich hab noch zwei Eisen. Wofür hast du das verballert? Spitzhacke und meine komplette Eisenrüstung. Hehehe. Naja, eine... Wie ich finde das sinnvolle Investition. Vielleicht kommst du wieder bei mir, ne, und willst dir Eisen haben. Hehehe. Nein. Aber... Nein, mein Eimer, ne? Nein. Nein, du doch nicht, ne? Nein. Ich wollte einmal Holz haben von dir, meine Güte. Also willst du jetzt Eisen haben oder nicht? Nein. Ich würd's dir aber geben. Ja, schön. Boah, ich hab einen Kleeblock auf meinem Grundstück. Einen Kleeblock. Wie so Kleeblock? Klee. Ach, Klee. Boah, einen ganzen bist du deppere. Jetzt hab ich schon... Ich weiß nicht, wie viel der drin. Jetzt hätte ich mich schon gefreut, weil in meinem Inventar habe ich auf einmal 24 Klee... Äh... Ja, Klee halt. Ähm... Ja, mach mal die Folge halt bis fast 12 und dann... Passt. Passt das schon. Okay. Hey, Elsia left the game. Mhm. Ich sollte vielleicht das... Hab ich schon gesehen. So. Also ich fang jetzt mal an mit einem kleinen Feld. Damit ich ein bisschen mehr zu essen habe. Denn das gebratene Schweinefleisch... Hä, der ist doch nicht mehr auf dem... Die konnten... Wie kann der denn zweimal hintereinander leften? Der Palaisür. Weil der dazwischen gejoint ist. Ach so, hab ich nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, damit ich... Äh... Ein bisschen mehr zu essen habe. Was hat der denn eigentlich? Kann sein, dass die weniger droppen. Wer? Die... Bäume. Ja, die Tropenholzbäume droppen nicht so viel, ja. Ja, aber und die Rubberbäume, die haben doch sonst immer viel mehr gedroppt. Äh, nee. Die sind dafür... Ja, ich hab jetzt weniger rausgekriegt als vorher. Als ich vorher Bäume gehabt hab. Ja, das ist normal für Rubberbäume. Was meinst du, warum die so selten sind? Ja, aber das hätte ich die ja nicht vermehren können. Ja doch, aber die droppen halt nur selten mal mehr als... Also... Die Chance ist... Aber ich hab immer wieder Glück gehabt, ja. Die Chance ist nicht so hoch, dass die einen... Also, ist schon... Naja, relativ hoch. Egal. Dass die einen droppen und... eher seltener, dass die mehr als einen droppen. Na gut, ich geh mal ein bisschen herum, damit ich jetzt nicht ganz... da... auf meinem Grundstück... Hey, was? Na, ich schau mal, weil bisschen die Stadt an mir, weil die anderen sind. Ich will mich demütig... Ja, komm, die haben ja auch ein bisschen... Ne, haben sie nicht. Die haben nicht früher angefangen. Ja, aber sehr mehr Erfahrung. Na, also ich hab auch schon recht lange... Deckit gespielt. Ja, die haben schon früher angefangen, ein bisschen. Ist nicht so großartig. Ein paar Stunden vielleicht, aber... Ich hab auch so das Gefühl, dass die durchgängig am... Deckit spielen sind. Denn immer wenn ich auf den Server komme... sind die auch drauf. Das ist jetzt immer so. Aber das macht ja auch nichts. Irgendwann, wenn man wirklich alles hat und alles automatisch ist und so, ne, dann ist das ja auch irgendwann langweilig. Deshalb ist das gar nicht so schlecht, dass wir nicht so schnell sind, weiß er. Aber, ähm, kann sein, dass... Was? Ähm, dass es... Überall Grief-Angriffe gegeben hat, sozusagen. Keine Ahnung. Haben die alle eine Diakiste bekommen? Ja. Mit Juju-Mettern? Also ich hab jetzt nicht reingeschaut, aber... Diakiste steht mit Freunden, äh, mit, äh... Griefing, hallo? So. Darf ich die Blumen haben? Ja, warte. Ich hab hier noch eine. Kannst du auch die auf meinem Grundstück... Ja, schmeiß immer da rein, genau. Kannst ja auch alle auf meinem Grundstück nehmen, ich brauch die nicht. Vielen Dank. Für die Blumen. Wofür brauchst du die überhaupt? Wow, hat genau gereicht für das Feld, die... Die Dings. Die Ho. Wofür brauchst du die? Ich hab sie nur wieder gesetzt. Na super. Hast du noch drei Erde vielleicht? Ja, vier... Fast fünf, sechs Erde. Brauchst du die? Fast... Naja, ich nehm, ich geb dir das. Okay, danke. Kein Problem. Brauchst du Eisen? Ich hab ein Stack, da kann ich dir ruhig was von abgeben. Von mir. Wenn du unbedingt willst. Brauchst du Federn, ich hab nämlich 35 Federn. Hm, ne, nicht wirklich. Ich geb dir mal 18, das reicht ja erstmal, oder? Wenn du mehr brauchst, komm ruhig wieder. Ja. Oh, da. Und Kartoffeln. Wo sind meine Kartoffeln? Ach, die hab ich in den Ofen getan. Upsa. Ich verlaufe mich da immer, ist der Wahnsinn. Und vielleicht, äh, mach ich auch mal. Ich brauch's zwar nicht wirklich, aber trotzdem. Also ich werd auf jeden Fall mich drauf spezialisieren, dass auf, äh, Solar Panels, dass ich die irgendwie bekomm, ich weiß nicht. Warum sag ich immer alle Solar? Ich find das hört sich so bescheuert an. Das heißt Solar. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich, ja, ich weiß, das heißt eigentlich Solar. Warte fuck, was ist denn der da schon? Hat er da Maserator und so? Upsa. Offensichtlich, ja. Was bringt eigentlich mehr Kartoffeln oder, äh, Karotten? Wenn du die Kartoffeln, äh, im Ofen machst, glaub ich, heilen die vier Sachen. Und die Karotten nur drei, okay. So, jetzt muss ich mich schnell ins Wendling. Bevor wieder einer Tag macht, weil sonst hab ich meine Sporn nicht gesichert. Ja, du hast ihn jedoch in die Mitte gesetzt. Ja, aber trotzdem, ich will lieber auf meinem Grundstück Sporn. Damit du diesen ewig langen Weg nicht zurücklegen musst, ne? Ja. Schicks. Also, ich hab schon Eisen, danke. So, eins, zwei, drei. Verdammt, zwei Karotten zu wenig. Also, weißt du, was eine wirklich gute Idee war? Richtig ins Bett. Haben's geschrieben, schlafen gehen, oder? Hm. Was war eine gute Idee? Ähm, mit 1,5 dieses, äh, mit dem Crafting-Ding da... Oh, willst du mich verarschen? Mann, der regt so auf mit seinem Taggemache, ey. Aber das war zwei andere. Nein, das war der Odysseer. Ja, und der andere war der Max. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Umständlich. Scheiße, ich hab grad grad mein Mikro, äh, mein Headset da auseinandergebunden, das nicht gut. Scheiße, das kaputte? Nein. Ähm, warum hast du das auseinandergebunden? Ja, da war sowas dran, damit das nicht so weit ist, und das hab ich oft gemacht. Mhm. Äh. So, 5 Minuten. 5 Minuten noch. Ja, ich weiß, ja. Dann werde ich demnächst nochmal meinen Zaun auf eine Höhe setzen, und... Warum nehmen sich die eigentlich immer alles? Hm, was? Gewinkt? Okay. Was ist los? Na, die nehmen sich immer diverse Sachen. Von dir? Na, nicht von mir. Schau mal in den Chat. Aus der... Ach so. Oh, was ist das denn? Alarm cheaten, oder was? Das können wir auch im Singleplayer machen. Gut. Komm schon, Tropenholz wachse, wachse! Ich hab's das Gefühl, wir sind die Einzelnen, die ja nicht cheaten. Oder cheatest du? Sicher immer. Glaub ich dir sogar. Lol, unzerstörbar. Ah, ich schaue aber schneller options. Cheaten und die Schöne sogar an oder. Boah, Gott sei Dank hab ich voll nachkloppt. Wieso würde das nicht auffallen, machen doch alle. Ähm. Reinforced Store mit Stone. Gott, wie kriegt das? Okay, wie kriegt das? Ich brauche noch drei Mini-Omscherben. Kriegt das? In einem Kompressor muss ich das machen. Machen wir schon mal diesen trägen Stein hier. Gold in die Mitte. Und so. Wie kriegt man Bronze? 3,4. Aber dafür brauchst du Copper und Tin-Dust. Tin-Dust. Tin-Dust? Dafür brauchst du aber erst ein anderes Gerät, um das zu Tin-Dust zu machen. Okay. Und wie mache ich das? Weil was bräuchte? Ja, Tin und Bronze. Ja, okay. Äh, Copper. Ja, welches Gerät meine ich? Das ist ein, äh, was wie heißt der Kompressor, glaub ich. Oder halt der, der sowas zu Pulver macht halt. Ich weiß grad nicht wirklich, wie der heißt. Kann ich aber später nochmal nachgucken, wenn du willst. Ja, ich schreib's in Chat, genau. Was? Was? Nein, ich. Ich hab was für Sinn. Was denn? Kompressor, ich wollte es unten suchen. Ach so. Kompressor Singularity, Kompressor oder Kompressor? Schau mal. Maschinenblock. Ich weiß grad... Find Iron. Basic Platin. Ich weiß grad auch nicht wirklich, ob's ein Kompressor war. Auf jeden Fall, ich mach mir dann demnächst erstmal einen Generator und einen elektrischen Ofen. Okay, wer hat denn das gemacht? Ah ja, Tin und Iron. Ja, okay, ich würd sagen, nächste Folge. Ja. Gehen wir nochmal in die Höhle und holen Kohle und sowas. Für den Generator. Ich hab nämlich nix mehr. Ups. Dann mach ich mal den Generator und dann hab ich... Dann hab ich halt erstmal ein bisschen Strom. Dann kann ich mal einen elektrischen Ofen machen. Und dann strebe ich dann auch auf Solarpanels auf. Ja. Strebe ich Solarpanels an. Du weißt, was ich mein, ne? Ja, ja. Und... Jeder weiß, was du meinst. Dann würd ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt. Moment, ich baue noch den Boden fertig. Ja, tust du das? Ja. Cool. Und dann regle ich das dann mal mit denen, dass das ein bisschen blöd ist, dass die mal Tag machen und so. Also ich kann die ja mal anschreiben. Das weiß ich. Gut. Ja. Dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020